Ich möchte euch heute mein Thema vorstellen, und zwar Schuld und Verantwortung in Georg Büchners Werk Dorthorst Tod, und am Anfang sage ich kurz was zu meiner Gliederung, und zwar fange ich an mit Schuld, Verantwortung und Zweifel, dann als zweiten Punkt habe ich den Umgang anderer mit Dorthorst Schuld, da nenne ich die Frauen, seine Anhänger und seine Gegner, dann sage ich was zu den philosophischen Denkrichtungen und Weltanschauungen im Werk, da habe ich als Unterpunkte den Determinismus, den Fatalismus, den Epicureismus und den Nihilismus Als vierten Punkt sage ich dann kurz was zum Fatalismus der Geschichte, und am Ende noch ein Fazit Also ich fange an mit Schuld, Verantwortung und Zweifel Und damit ihr noch kurz den Überblick habt, was diese Farben hier bedeuten Also alles was in meiner Präsentation so rosa ist, zeigt die Gleichgültigkeit von Dorthor zum Beispiel So orange oder so rötlich bedeutet, dass er sich verteidigt Wenn er Angst hat oder wenn seine Anhänger Angst haben, ist es gelb Und so Gedanken oder was er über seine Gedanken sagt, ist grün Und wenn er etwas einzieht, dann habe ich es blau markiert Jetzt zum Anfang Ich habe hier zwei Wörter dort stehen, einmal Schuld und Schuldgefühle Und wie ihr seht, steht hier bei Schuld Gewissen und sittliche Normen Was denkt ihr, wie diese beiden Begriffe im Verhältnis zur Schuld stehen Also ob die da zutreffen oder nicht Ja, Vanessa Ja, ich denke, da wird gegen das Gewissen und die sittlichen Normen so angekennen Genau, also Schuld bedeutet, dass man freiwillig gegen die Moral Also zum Beispiel gegen das Gewissen oder gegen sittliche Normen verstößt Und Schuldgefühle haben als mögliche Folge Neurosen Und die Schuldgefühle und Schuld müssen aber nicht immer in einem Verhältnis stehen Also es kann sein, aber es bedeutet nicht immer, dass man schuldig ist, nur weil man Schuldgefühle hat Jetzt komme ich zu Gründen für Dantons Schuldgefühle Und zwar seht ihr hier jetzt ein Zitat Mag das mal einer vorlesen? Ja, Steffen? Garstige Sünden, blutige Hände Genau, und wisst ihr vielleicht, was Danton damit anspricht, als er von garstigen Sünden und blutigen Händen spricht? Ja, Eva? Von den Sitzjögerungen? Genau Und dann seht ihr hier noch ein Bild Ich weiß nicht, ob ihr erkennt, was damit vielleicht gemeint sein könnte Warum er Schuldgefühle hat Ja, Steffen? Einfach die ganze Situation Genau, also die aktuelle Situation mit der Terrorherrschaft Und das wollte er ja auch nicht, dass die Revolution so verläuft Ich bin gespannt, dass sie sich dazu覺, dass die SPD meiner Meinung nach Also die aktuelle Situation in Frankreich ist für ihn auch nicht zufriedenstellend. Jetzt seht ihr hier ein Bild und zwar sieht man da, dass er ja die Schuldgefühle hat. Also Danton ist in der Mitte und die Schuldgefühle nehmen ihn praktisch richtig ein. Und das kann man so darstellen. Das er praktisch immer mehr davon erdrückt wird, und das macht ihm immer mehr aus, dass er zum Beispiel an den Septembermorden mitbeteiligt war. Aber es ist ja so, dass er eben nur Schuldgefühle hat. Natürlich hat er auch teilweise Schuld an den Septembermorden, aber er war auf jeden Fall nicht allein dafür verantwortlich. Jetzt habe ich hier hingeschrieben Wahnvorstellungen und da habe ich ein Zitat dazu. Kann das mal jemand vorlesen? Ja, Sophie? Wie ich am Fenster kam, durch alle Gassen schrie und zetert es September. Genau. Und weiß auch jemand, wann der das sagt oder zu wem Danton das sagt? Anna? Der kann dazu schreien, oder? Genau. Das ist also nachts, die nächtliche Szene, als er einen Albtraum hat. Und dann sagt er ihr, wie gesagt, dass er die Leute schreien hörte September. Und als er das berichtet dann, was er geträumt hat, das ist der zweite Akt, die fünfte Szene. Dazu habe ich jetzt hier was vorbereitet. Und zwar haben einige von euch so gelbe Blätter mit Bildern drauf. Und dann bitte ich euch gerade mal, immer die jeweilige Lücke auszufüllen mit eurem Bild. Und dann, dass am Ende einer das dann vorliest, wie er das berichtet von seinem Traum. Wissen Sie, was als nächstes dran ist? Was er als nächstes sagt? Er hat ja dann dieses Bild, wie er... Ja, genau. Ja. Er hat ja dann dazu. Okay. Okay. Was könnte er abwärts gebückt haben? Genau. Kann es vielleicht gerade noch mal jemand vorlesen als zusammenhängenden Satz? Ja, Steffi? Unter mir kreuscht die Erdkugel in ihrem Schwung. Ich hatte sie wie ein wildes Haus gepackt mit riesigen Friedern, wüldig in ihrer Mähne und dreckige Rippen. Das Hauptabwärts gebückt. Die Haare flattern über dem Abgrund. So war ich geschweißt. Genau. Und das ist eben dieser Albtraum, den er hatte. Und wie ihr alle vielleicht wisst, ist es ja so, wenn ihr irgendwas Schlimmes erlebt habt oder so, versucht ihr das vielleicht tagsüber zu verdrängen. Und wenn es dann aber Abend wird und ihr liegt im Bett und habt halt nichts mehr zu tun, dann denkt ihr über solche Sachen nach, die ihr tagsüber verdrängt habt. Und so verarbeitet er halt jetzt im Traum die Revolution, wie das verlaufen ist. Und zwar sagt er ja, unter mir keuchte die Erdkugel in ihrem Schwung. Also das ist praktisch die Revolution oder wie die ganze Situation in Frankreich ist. Und ich hatte sie wie ein wildes Pferd gepackt. Also das heißt, er hat zwar an der Revolution teilgenommen, aber es ist wie ein wildes Pferd. Also er hat es nicht ganz im Griff und mit riesigen Gliedern wühlt er sich durch ihre Mähne. Also das heißt, er probiert irgendwie doch noch sich festzuhalten, aber er schafft es eben nicht ganz und ist dann abwärts gebückt und die Haare flattern über dem Abgrund. Also er ist kurz vorm Runderfallen und so ist es eben auch bei der Revolution. Er war zwar daran beteiligt, aber jetzt ist er halt nicht mehr so dabei und schafft es irgendwie nicht, die Revolution so zu lenken, wie er sie gerne hätte. Jetzt komme ich zum Punkt Verantwortung. Und ihr seht hier ein Bild. Kann sich jemand vielleicht denken, was das für eine Geste ist? Ja, Lena? Ja, genau. Also da ist ein Mensch, der streckt so seine Hand weg. So sagt man ja so, ja, ich will jetzt nichts davon hören oder so. Und das zeigt halt, wie Danton mit der Verantwortung umgeht. Und zwar versucht er die Verantwortung von sich zu schieben. Und was will er damit erreichen? Vanessa? Ja, sein Gewissen gewollt. Genau. Und das zieht man dann auch daran, dass er eben nicht so viel Verantwortung übernehmen will, dass er politisch eher... Steffi? Passiv. Genau. Also er beteiligt sich nicht groß am politischen Geschehen, obwohl er ja eigentlich Politiker ist oder eben revolutionär. Und dadurch versucht er halt, das nicht so an sich ranzulassen, damit es irgendwie noch Abstand von ihm hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.